ja und willkommen mein name ist an europäer nicht begrüßt euch zurück zu let's play super smash pros ultimate irgendwie habe ich jedes mal probleme irgendwie mich daran zu erinnern und ich weiß nicht wieso jedenfalls ja wir sind im abenteuer modus und wir müssen wieder ein paar leute hier kurz und klein kloppen wie diesen fisch jahre spielen keppen falten mit dem werden wir hoffentlich spott gerichtet kriegen naja das ist wieder die vorsitzung das hat sehr gut fisch elektroabwehr runter um sollte ich das ausrüsten wollen folgende falken darf spezial oben das sieht wichtig aus dass man eingehen da gehen als ich fortlaufend erwarte da wollen wir doch mal sehen nur mal dazu ein ich war vernünftigen kackt damit ich anfangen kann wenn man den ich aufladen kann aber ja übertriebene hoffentlich willst du das jetzt mit kämpfen falken jetzt wenn ich mit dem irgendwie jeden gegner nicht treffer erledigt kriege da jetzt schon wieder immer wollte ich machen da ist auch gleich hochleveln ich wollte mal ein paar geister hochleveln und so gucken eine kann ich ja hier auf dinge springen wir wollen wir aber gut beispiel bum bum vielleicht kriegen ja gut effekte er zum beispiel viel abwehr hat wir vielleicht nicht schlecht dann muss ich ja meine snacks mal loswerden dann kriegt jetzt bestimmt füge oder nicht wir haben wir zu dieser einen mehr starker smash details steckt eigenes menschen verkürzt smash aufleiter das wäre doch nicht schlecht das will ich gerne mal aus mit die anderen also ja auch haben vielleicht sei hier irgendwie die fähigkeit dabei die mir so richtig aushält naja ich mir schon gedacht und davon war ja notfall angefangen bei schadenswert warum schadens ja kurzzeitig anders kraft jetzt ist mir zu nicht gut da war es zu lot weil er doch nicht wenn wir uns zwei snake mal oder irgendwie so hat okay schlussangriffe ich danke für die bürger beams okay hier das sei nicht schlecht aus nehme mir irgendwie viel ab weg geben da wäre ich gut nein 3.800 und starker smash und kritischen treffen bekomme ich irgendwie nichts mit hier wird hier erlinden mir noch mal weil es gibt es als kirby team und vier stück kommen okay da werden wir ja wohl schaffen oder mit den falten ich habe alle auf einmal auf plane ich bin kurz vor neuen kämpfe ich glaube ich glaube ich glaube ich habe wieder so eine dämliche ich war der feiten kann uns hier helfen weil ich gar nicht jedes mal welchen dreier oder so hier sehe abhauen ich freue mich mal ganz schaden die angefangen dafür noch schlicht als vorher so brutale so brutale dinge ich manchmal machen muss aber machen wir jetzt alle diesen angriff da nicht schon nach diesen blöden stapel haben wo geht es denn du jetzt muss ja echt alle muss ja echt alle level dreier ignorieren wo kann ich jetzt hier noch lang ja hier auf der karte sehe ich natürlich nicht das das hat mich ein bisschen nervt da ist auch schon seit ewig kann gerne ich wollte so eine fähigkeit wenn man kann ich hier rein ach wenn ich ja noch hin ist nach oben wenn ich ja wohl schaffen irgendwie ne komm jetzt sieht es aus jetzt wird es irgendwo weitergehen ich bin halt schnellste wesen wo du aufgetaucht bist da war ich der schnellste alter dann wäre es jetzt gewesen wenn er ausgeflogen wäre deswegen wenn ich auf den der ist weg da kommt wahrscheinlich wieder dann kommt schon werde ich nie im leben schaffen aber ja mit seiner auch nicht so viel bringen aber hat 0,7 watt also keine ultra smash komm her da wäre es jetzt noch wenn ich hier gewinnen würde so machen wir es jetzt nicht so knappe dann wird nur am ende mehr wehtun ja es geht so laufen ja da kommen schon alles möglich unglaublich nervig wegen diesen einen typen aber aber schon ich muss ich muss ja jetzt schaffen dann habe ich natürlich wieder überhaupt nichts hier war du blödes mistviech ja junge naja komm muss das ding hier als erstes irgendwie erledigen gibt es einfach nicht so nervig ist ich 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 man kann ja nicht tot sein wenn irgendwie ausfliegt ja so ihr beiden hey so wird ein dreck ja wird das überhaupt für mich mein gott hier so zwei gegen eins schon irgendwie so schwer sein kann hat man nicht weiterkommt war super also war bringt jetzt auch nicht mehr ja bei ultras menschen eine 127 kp wie solchen daten noch schön schaffen da hat er jeden angriff nicht zu fassen krieg gibt es doch einfach nicht wir haben youtube gibt es dann warum nicht mal im youtube es war ehrlich die wahl kommt youtube nv y die irgendwie mute x wenn man jetzt ganz vorsichtig ja ein junger gibt es doch einfach nicht weil ich war machst du da und sobald ich natürlich auch für dann kommt er direkt ja ganz vorsichtig mal hier ich habe ich nie im leben jetzt gleich wieder supersonic ein damit ich weg mein ding ist auch weg so viel stress gerade ich bin tot auch nicht um komm herrlich schaffe ich noch haben ja jawohl gerade verdammt wirtschaft gut wir schaffen wir kommen wahrscheinlich irgendwo hin wo kommen wir dahin neuen ort schon fast zu haus waren wir schon mal was soll es egal ja hier kommen wir zum neuen ort haben wir ja stein immer weg immer weg wo mit rohe der sheriff legende weiß nicht soll ich darüber so froh sein jemand da in die karte ja okay da war es jetzt nicht so wert aber was soll es was wird denn hier verlangt ollie doch da ist auch schon der final boss oder da oben hier gehen wir mal hier durch vielleicht passiert da jemand und sans hier werden so eine mini dannen tempel des lichts naja wie unverwundbarkeit verarschen da habe ich dich eben raus genauso okay ist gut jetzt wird die ganze zeit eine aber bleibt gefällig auf der seite war also wirst du mich verarschen außerdem richtig nervigen kampf hinter mir aber jetzt keine zeit für so einen scheiß der gegner startet mit einem schnitt naja seit mir mit ohne wo ist ein schwert kam verklassen in feiern wenn ich auch noch nie irgendwo anders gehört aber sollen angeblich schwert kämpfer sein ja er trifft natürlich so mit den allerersten schlag wenn der gegner hat ja er hat schon wieder gesehen ich habe keine ahnung von schwerter nie wo kannst du mal stehen bleiben einige kämpfe kampf gehen bei guten timing ja er sagt bei gutem timing geil da bin ich hier meinen brett hier hoch ballern wir haben wir da simon wenn wir den kampf und befreit den kämpfer ich bin der meister des universums war direkt warum habe ich hier so probleme schule ich bin der meister von den seine ganzen sachen die er da wirft ist aber auch nervig ich muss auch einen falten klick hier so geht das ich wollte denn gerade greben nein ich kriege so manchmal hat kotzt in dem spiel habe gerade meine ultimate wenn ihr genau dann haut der mich natürlich raus erinnert warte warte du egel wenn er tut aber auch von jeder seite hier aber werfen wenn er braucht du denn so ein winkel wat werfen wenn er braucht wenn du davon vorne sagen wir es jetzt mal irgendwie wie oft diese perfekte abgaben kriegen besser und normal ich hoffe doch niemand ja schon wieder schon wieder wie kann man da nur so oft hinkriegen ja mal deshalb denn sobald kippen falken ihr voller nachkämpfer ist komme ich gegen den nicht an oder was ich so nah an den daran muss und dann wird irgendwie von allen seiten ja was jetzt mich hat ja richtig an man ist ja schon wieder da ausrufen bis dich da macht er sowas weil sie kann zehnmal hintereinander so eine perfekten ausweich dingen machen ne weil ich hoffe nicht in die level reinzukommen das spiel ist das findet ihr da wird ja wohl schon klappen oder 2000 120 kb ok die halten aber nicht so viel aus heute schon sagen langsam übertreiben sie ja ein bisschen so hier hier kaputt hier 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 war da müssen sagen und jemand wird dadurch schon drauf gehen boh aber sowieso nicht so pfleg macht es wie ein mann und wer zum stern da war es umgekehrt war es wie ein stern wer zum mann naja herakles wird aus der ostmisch er springt sehr häufig ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe wenn ich euch hier rein will in sein jetpack ist weg was ich bin ich bin ich bin ich bin ja wie stark der andere kampf ist noch mal genau das ist wahrscheinlich wieder voller killer mit laser schwer das heißt sogar so herakles stade mit der ärzt kommt ja wohl machbar sein nur ein prozent abzieht schon wieder du bist tausend mal einfach als der andere donat na mann ehrlich krebs glaube ich weiß mir doch nicht ist ja überall essen wenn man weg davon also suppe kann man nur so oft die dinge ausweichen hey finger weg ich bin voll hinterher rennen damit hier schon mal von herakles gehört hier können wir auch noch spezial unten als dieser hammer ne das ist mein farbschema überhaupt nicht nervig da kommen gar nicht näher schaden haben bleiben da wie kannst du sagen sagen wir wollen natürlich ich glaube da links war eine truhe oder irgendwie sowas aktivieren da drin ist ist noch ein kämpfer und da ist irgendwie so ein bisschen kommen das machen wir ja da war ein kleines charakter most fanservice charakter einige sogar sagen das spiel ist nur erfolgreich wegen ihr weil sie brüste hat da war es genauso wie im trailer als lucy nah vorgestellt worden ist und kämpfen weiter und robin ich glaube nicht nur vergleich ab hat ruhe ja wie wir kommen gegner sowie in kette kräuter da war noch schnell platz und war da mal da ist uns auch noch bestimmt 100 lernjuwälen kommen mein ding war stärker das neben du bist neben dem so nervig wie simon also ja fast wird kämpft nun mit hat es greift clever ok ah er war passiert gibt das ding weg jetzt können wir wieder durch neue orte erkunden ich sagen wir haben relativ viel erreicht hier in diesem bad 102 noch 18 dinge nach und ich muss mir natürlich merken hat hier drin wieder irgendwie auch einer übrig war den ich nicht erledigen konnte das wird sehr nervig sein weil ich habe gar nichts an geistern da kann ich hier irgendwie verkaufen irgendwie fünf gegner oder fünf gegenstände hier verkaufen ich mache ich das nun mal je nachgeguckt stehe nicht ich meine ich habe mal irgendwo gesehen ich weiß noch nicht mehr wo wo tut man gegenseitig muss fünf gegenstände verkaufen irgendwie ich habe keine ahnung wie man das macht man hat hier ich glaube hier machen hat ja wohl war noch ein meilenstein wenn man ja fertig sind jetzt speichern aber das war noch nie gemacht glaube ich war also jetzt so 2 jetzt kriege ich geister finde ich gerade gebraucht wir unter stärken fünf geister evolutionen durch ok ein ganz normalen legende sammel 767 ding geistertraining im studio verkauft wird und fünf mal items schon gemacht ja ja jeweils da war es wieder für diesen part wird auch sagen etwas dann allgemein für heute schon acht parts aufgenommen noch ein bisschen musik und kämpfergeist ludwig da sehen wir uns ja jetzt folge wieder dankeschön für zuschauer und ich habe euch hatte mal frei wenn ihr hinterlasten abonnenten kommentar wäre ich nett und dann sehen wir uns in der nächsten folge so